Willkommen zurück zu Let's Play The Ledger of Zelda, Lootwaker und ich habe euch eine Menge zu erzählen. Die letzten, was weiß ich, sechs Parts habe ich bei Philipp gespielt. Die letzten drei Parts, ja die letzten drei Parts, waren Philipps Geschwister dabei. Ja, und das hat mich übelst angekürzt, denn ja, vielleicht hat es euch gefallen, vielleicht auch nicht. Und im letzten Part, gegen Ende, habt ihr glaube ich gesehen, dass ich versucht habe, darunter zu sprechen, um durch diese Tür zu kommen, aber habe ich nicht geschafft. Ich bin jetzt durch den Teleporter hergekommen, weil ich den Teppel von vorne gezockt habe. Also das war das erste Mal, dass ich Gastkommentatorin hatte, wir waren insgesamt sechs Stück im Zimmer. Das ist schon richtig krass. So, ich brauche Geld. Was ist für dir da gestern? Ein Ritter war. Gut, äh, hoffentlich ja. 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 Ja, hoffentlich nehmt ihr das, nicht böse, das, ja. Ist hier die Fee? Oder? Ja. Was mache ich da auf? Ja, der ist auch so belastig. Ich tue die Fotografie auf, mache ich eh nicht. Was ist da? Ja, und jetzt habe ich überhaupt den Boss, okay? Steht hier gar nicht, da. Ja, der. Jetzt betreten wir den Boss. Ach, und endlich Minuten Gelaber. Laberbrot. Oh, da ist der Boss. Äh, das war du. Ich rieche die Braten schon. 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 Das war's. Ja, ich halt erstmal meinen Mund, weil man muss sich ziemlich konzentrieren bei dem Boss. Nee, jetzt klappert er. So, dann verwandeln die eben dreimal auf den Kopf. Und das war's auch schon für den Boss. Ja, dann haben wir gleich noch ein kleines Lava-Bespräch. Und dann war's dann auch schon wieder für den 13 Bar, glaube ich. Ein Herzcontainer und die Lava verkaltet. Oder wie das heißt. Du hast einen Herzcontainer gefunden, damit erhöht sich deine Energie um eins. Sieh zu, dass du mir da verbringen wirst. Jetzt können wir wieder 16 Zoll informieren. Der Gott spricht. So, ich habe auch keine Schule. Es ist ja jetzt gleich 7 Uhr. Also jetzt aktuell, wo ich aufdehe, bei 7 Uhr morgens. Um 7 Uhr 45 beginnt die Schule. Hallo, Eduli. Es ist komomi. Eduli hat mir alles erzählt. Es ist mir leid, dass du blablabla zu mir war. Super, Eduli. Du hast Dienste morgen erhalten. Z Sieh sie, das ist Schrift. ...Schrift. da war ich schon mit philipp am anfang ich glaube schätzungsweise wird das das ist ja ziemlich groß 80 parts höchstens wenn nicht mehr ja es kann sogar mehr sein weil zehn minuten beide parts und dann ja gut ich gebe erst mal doch mal zum boot okay ich guck mal kurz wie lange ich aufgenommen habe achtung das könnte sich bewegen ja zehn minuten sind um also dann bis zum nächsten part zum let's play The Legend of Zelda The Wind Waker und im nächsten part fahren wir zum nächsten Demo tschüss